So, ich werde mir mal ein Ei, Frühstücksei, ein Spiegelei machen. Ich habe mir schon was hergerichtet. Werden wir das Öl in die Pfanne leeren. Ja, die frischen Eier aus Ungarn. Hoffentlich schlüpft kein Ratzfatz. Ja, es ist noch ein bisschen kalt. Wir müssen noch warten, bis das ordentlich aufheizt. Ja, ein bisschen wird es noch dauern. Ja, aus den Eiern wird hoffentlich kein Ratzfatz schlüpfen. Ich arbeite noch an den Aufgaben. Aber jetzt habe ich einen Hunger bekommen und mache mir mal was zum Essen. Also, das Ei können wir eigentlich schon rein. Na, es ist noch nicht. Die Pfanne ist noch nicht heiß genug. Das zerrinnt komplett. Oh je, was passiert jetzt da? Sprudelt noch nicht. Müssen wir noch warten. Vielleicht doch ein Ratzfatz. Aber ich glaube nicht. Wir werden das jetzt mal richtig heiß werden lassen. Und dann machen wir uns unser Spiegerei. Jetzt sprudelt. Jetzt können wir die anderen Eier dazugeben. Schauen wir mal, ob das heiß genug ist. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber optimal. So geht unser Spiegerei. Wie viel haben wir? Drei Ratzfatz-Eier. Ups, so. Das vierte. Und ein fünftes. So, das waren die fünf Spiegerei. Schaut schon mal ganz gut aus. Jetzt warten wir ein bisschen. In der Zwischenzeit kann ich euch erzählen, was sich bei dem Video so abgeht, jetzt momentan bei der Hausaufgabe. Ich habe jetzt versucht, das Pokémon Go runterzuladen. Da ist leider ein technisches Problem. Das kann man momentan nicht runterladen, das Pokémon Go. Weiß nicht warum. Liegt das an meinem Handy? Ich habe jetzt versucht, euch das zu filmen, aber da ist das zweite technische Problem. Ich habe auf Fotografieren statt auf Videoaufnahme gedrückt. Gespannt bin ich, wie ich das bei dem Video einbauen werde. Was ich jetzt dann nach dem Essen bearbeiten werde. Schaut schon recht gut aus. Also, ich werde das dann auf den Teller geben und dann werde ich mir mein Spiegerei gönnen. Bis dann, gut, tschüss, bis später.